Wie gesagt, ganz kurz bevor ich zuerst bin, nein, 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 das hatten wir eben schon mal. Es ist noch ein Künstler nachgekommen, also es ist jetzt der nächste, irgendwo nicht der letzte sein. Aber, ich erzähle mal so, vor viereinhalb Jahren ungefähr, muss das gewesen sein, waren wir zusammen beim Opening of Mallorca. Ich habe mit ihm gelacht und er weiß ganz genau, wenn ich sage Labello, was gemeint ist. Und dann vor zwei Jahren, oder vor zweieinhalb Jahren, kam dann eine Schocknachricht für mich auf der Veranstaltung, wo ich gehört habe, was bei einem Freund passiert ist. Und ich bin einfach sehr froh, dass Peter und Kevin es geschafft haben, diesen geilen Typen zurück auf die Bühne zu holen. Wir hatten noch, kurz bevor das Ganze passiert ist, haben wir noch zusammen für Vox gedreht. Das war einmal Camping, immer Camping, das war ein richtig geiles Ding, wir haben gut gelacht da. Und ich freue mich einfach, dass er heute hier ist. Kommt mal nach hier vorne, nehmt mal euer Handy in die Hand, er hat so eine Taschenlampe-Funktion. Oder euer Feuerzeuger, oder was auch immer. Zeigt mal, was er kann, gebt ihm das beste Comeback des Jahres. Das ist der beste Abschluss für mich und für mich, wenn ich daran denke, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen die Tränen in den Augen dazu, wenn ich daran denke, dass er wieder da ist. Begrüßt einfach mit mir, hier ist er für euch das Comeback des Jahres, nach zwei Jahren kriegt er wieder zurück. Hier ist er für euch, Marc-Marie, wir reißen ab, komm schon. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready for the sounds of the 70s, 80s, 90s? And today, we're bringing you the newest, hottest show on earth today. Are you ready? Are you really ready? Hold on, we're getting ready to take you on the ride. Tonight, live, here, before you. Mark, 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 mark. Ready, 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 ready. Oh, say very happy. Send mir die labe. Oh, say dear. And now. Rockable, rockable, rock Rockable, rockable, rock Rockable, rockable, rock Rock, rock Who's it all again? Who's it? Rockable, rock, rock Can you see what you've come on in a triple saw Where the music plays? And the world's been round to a brilliant sound in those borrowed days If there's a great truth, they won't scream and shout And they say that the blues let it out in the house Rock and roll, rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock, rock and roll, rock and roll Rock, rock and roll 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 Oh we won't look at all, yet it's best when we won't... Rock'n'Roll Rock'n'Roll Rock Rock'n'Roll Rock'n'Roll Rock Rock'n'Roll Rock'n'Roll O.C. 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 Rock'n'Roll, 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 Rock'n'Roll. Schönes Leben! Sieht ihr euch jetzt hier auf der Bühne aus? Ich soll nicht ausziehen? Soll ich mich ausziehen? Wer steht auf StripTees? Und kommt auf der Bühne und zieh' mich aus uns an. Okay, ich bin furchtbar stolz, heute Abend hier zu sein. Noch vor einem Jahr sah es nicht danach aus, habe ich meine Schottenregale wieder geschmissen. Ich habe gesagt, Ende mit Musik. Heute Abend bei Peter und Kevin darf ich nie wieder stehen. Und da freue ich mich drüber. Dankeschön. Wollt ihr noch ein bisschen Rock'n'Roll? Wollt! Und man kauft alle Schreiner, die so wenig, die da kann ich auch so ausziehen. Okay, für euch. Satisfaction!